In diesem Video geht es um die besten Kondenstrockner. Der Qualitätssieger in unserem Kondenstrockner-Test geht an den Bosch WTW 875. Mit der textilschonenden Trommelstruktur und der extra glatten Innenseite hilft das sensitive Drying-System, Ihre Wäsche optimal zu pflegen. Temperatur- und Restfeuchte-Sensoren messen permanent Temperaturdifferenz und Restfeuchte der Wäsche und schützen sie so vor zu hohen Temperaturen, vor zu starker Trocknung und vor dem Schrumpfen. Die Selbstreinigungstechnik sorgt dafür, dass der Kondensator während des Trocknungsvorgangs bis zu viermal automatisch gereinigt wird. Das Design der Seitenwände ist nicht nur ein optischer Blickfang, die Struktur sorgt für mehr Standfestigkeit und weniger Vibrationen während des Trocknungsvorgangs. Ein Wäschetrockner muss für Sie in jeder Hinsicht perfekt sein von der Bedienung über die Leistung bis hin zum Design. So wird die Bedienung Ihres Trockners ganz einfach eine sanfte Berührung reicht aus, um auf der Touch-Control-Bedienung mit Sensortasten die gewünschten Funktionen und Programme zu wählen. Das Allergie-Plus-Programm wurde speziell für die Bedürfnisse von Allergikern entwickelt. Durch konstant höhere Temperaturen während des Trockenvorgangs werden Allergieauslöser wie Keime, Milben und Bakterien abgetötet. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Hoover GHLC 10. Willkommen zu der neuen Erfahrung des Trocknens. Bei Hoover gehen Technologie und Innovation Hand in Hand. Diese neue Trockner-Reihe wurde entwickelt, um die beste Behandlung Ihrer Kleidungsstücke mit absoluter Schonung und Effizienz zu gewährleisten. Entdecken Sie die unzähligen Funktionen dieser brandneuen Reihe von Hoover-Geräten, die Ihre Kleidungsstücke optimal schützen. Ihr Trocknungserlebnis wird sich grundlegend verändern. Die empfindlichsten Stoffe wie Wolle und Kaschmir behalten dank der sanften und präzisen Trommelbewegung und des ausgeklügelten Temperaturmanagementsystems Ihre natürliche Weichheit und Farbintensität. Der Aquavision Kondenswasserbehälter ist direkt im Bullauge integriert. So ist sichergestellt, dass Sie den Wasserstand jederzeit überprüfen können. Hoover kümmert sich neben Ihren Kleidungsstücken auch um Ihre Energiekosten mithilfe des neuen Active Sensors. Mit dieser Technologie können Sie bei jedem Programm zwischen vier Trocknungsstufen wählen, um das gewünschte Trocknungsergebnis für jede Art von Kleidungsstück zu erhalten. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kondens-Trockner-Test ist der Beko DC 7130N. Der automatische Knitterschutz, die elektronische Feuchtemessung und die vollelektronische Steuerung erleichtern Ihren Alltag. Für noch mehr Flexibilität auf engem Raum können Sie zusammen mit der Waschmaschine eine Waschtrockensäule bauen. Die Sensortechnologie des Wäschetrockners bewirkt eine bedienungsfreundliche Anwendung durch die automatische Messung der Restfeuchte und Temperatur. Dadurch entfällt das lästige Einstellen der Trocknungszeit bei zeitgesteuerten Modellen. Bei Beko Wäschetrocknern erfolgt nach dem Programmende automatisch eine Knitterschutzphase. Schonende Trommelbewegungen lockern die Wäsche so auf, dass Knitterfalten vermindert werden. Alle Beko Wäschetrockner arbeiten mit reversierenden Trommelbewegungen, die zu einem gleichmäßigen Trocknungsergebnis und zu verringerter Knitterbildung führen. Bei dem Baby Protect Programm steht die Trockenleistung des Programms im Vordergrund. Der Trockner legt in diesem Programm besonderen Wert auf die Trockeneffizienz. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.